Hey Leute, was geht? Und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Timeless! Ja, ich hoffe, euch geht's allen gut. Und ja, heute werden wir uns nämlich zum zweiten Rätsel begeben, da wir in der letzten Folge ja angefangen haben. Und ja, apropos, ich wollte euch nur kurz sagen, dass die letzten Folgen vorproduziert waren. Nur damit ihr euch nicht wundert, dass ich nicht auf eure Kommentare eingehen kann. Ich werde jeden lesen, keine Sorge, auch wenn ich im Urlaub bin. Eure Kommentare sind ja quasi Urlaub für mich. Deswegen werde ich weiterhin eure Kommentare lesen und euch dazu ermutigen, abzustimmen. Das wird dann bis zum... Ja, das wird dann allerdings, bis ich aus dem Urlaub wieder da bin, gelten. Diese Abstimmung... W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-warte mal, was? Was-was-was-was-was machen sie? Was soll das? Warum leckt... Danke, wegen ihnen leckt's jetzt. W-w-w... Was zur Hölle? What the? Was... 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 Äh... Äh... Ja, bitte? Folgen Sie mir bitte. Äh... Wissen Sie, ähm, Kumpel... Das ist mein Grundstück. Ähm... Außerdem wird es Nacht. Warte, 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 warte. Nein, 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 nein. Lassen Sie mich raus. Lassen Sie mich raus. Sie beginnen hier gerade eine Straftat. Sie dürfen mich nicht einspielen, Frau Maker. Ihr Grundstück ist zur Räumung freigegeben. Bitte kooperieren Sie. Räumung... Nein. Räumung? Heißt das, ihr macht mein... Nein, 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 lass es, lass es, nein, 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 nicht mein Haus, nein, 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 okay, die Farben ist mir eigentlich relativ egal. Nein! Nein. Leute, vor der Folge gab es einen Bug. Ich musste alle Items, also fast alle, neu zusammensuchen. Also aus dem Kreativ, weil ich das aus den Folgen rausgeguckt habe, wie viel ich hatte. Das hat Stunden gedauert. Und jetzt, jetzt baut ihr das einfach ab. Ja, also... Nicht mal die Bäume lasst ihr mir? Wollt ihr mich verarschen? Just nie, man tut doch bitte was. Bitte, bitte, bitte. Nein, lassen Sie das bitte. Nein, 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 Räumungserlaubnis. Wer gibt denn im Bett eine Räumungserlaubnis? Äh. Oh. Ja gut. Hab ich gesagt, es ist eine gute Idee, die Mahnung zu ignorieren? Ja gut, hab ich gesagt, aber... Oh nein! Und... Oh nein! Nein, mein schönes Haus! Bitte nicht! Mann, was soll denn das? Nein, nicht meine Farbe, nicht meine... Ich hab die doch erst umgebaut. Was soll denn der Scheiß? Nein, Justima, tu doch was! Bitte! Oh nein! Was, wenn die die Hütte da hinten abbauen? Die werden Zero finden! Und dann werden sie ihn bestimmt... Nein! Nein, 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 nein! Was macht er da? Okay, er geht nicht zu Zero. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein! Ich muss hier doch irgendwie rauskommen. Warum ist das nicht Obsidian? Das könnte ich ja immerhin abbauen. Das würde lange dauern, aber ich muss es hinkriegen. Oh nein! Nein, 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 nein! Guckt euch das an wie herzlos! Was mache ich denn jetzt? Leute! Was mache ich denn jetzt? Die machen mein ganzes Haus kaputt! Meine Rüstung! Und, und... Oh nein, die Koordinaten! Ich habe die Koordinaten nicht! Nein, 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 nein! Die nehmen uns die Koordinaten weg! Was machen wir denn dann? Achtung, meine Güte! Lassen Sie mal bitte meine Tiere nicht frei! Wollen Sie mich eigentlich verarschen? Oh nein! Nein, 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 nein! Das ist die Kisse, wo das drin ist! Nein! Jetzt laufen wir über Freitier rum, ey! Ich glaube es nicht! Toll gemacht! Hat er gerade Schaden bekommen? Och Mann! Was machen wir denn jetzt? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein! Nein, 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 nein! Bitte find nicht Zero! Bitte find nicht Zero! Gott sei Dank rennt weg! Guckt er jetzt seinem Kollegen nur zu, oder was? Aber guck mal, da liegen noch Sachen rum! Die behalten wir immerhin! Guck mich nicht so blöd an! Geh weg! Oh nein! Äh, was, 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 was macht er da? Ich kann kaum was sehen, hier sind, hier sind zu viele Tiere! Zero, hoffentlich geht's ihm gut! Was macht er da? Der platziert da nicht im Ernst Lava! Halten Sie ihn auf! Der verbrennt hier alles! Wollen Sie mich eigentlich gerade verarschen? Nicht mal das Zuckerrohr lasst ihr mir! Wollt ihr mich verarschen? Was soll denn das? Justima! Was machen wir denn jetzt? Naja, aber wenigstens habe ich noch Justima. Die wird mich nie verlassen. Da kommt ein Zombie auf mich zu. Leute! Das ist nicht Zero! Das ist ein dummer Untoter! Da kommt ein Zombie auf sie zu! Der rennt einfach an ihm vorbei. Jetzt baut... Der baut jetzt nicht ernsthaft auch noch den Boden raus! Sag mir, ihr gönnt mir auch gar nichts, oder? Na, geht doch. Hey! Etwas haben wir immerhin! Das könnt ihr auch mitnehmen! Na toll! Mein schönes Grundstück! Ich hab mir alles so teuer aufgebaut! Seid ihr jetzt fertig? Nein! Nein, bitte nicht! Lasst mir wenigstens Justima! Bitte nicht! Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Nein, 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 nein! Bitte nicht! Bitte nicht! Nein! Ihr Barbaren! Was soll denn das? Nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Er hat Zero gefunden! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Guck mal, wie viel Angst er hat! Oh nein! Ich hab ihm versprochen, dass ihm nichts passieren wird! Ein Untoter und eine Statue? Wie krank sind sie bitte? Ich bin nicht krank! Das sind meine Freunde! Ja gut! Justima kann nicht reden und ist eine Statue, aber trotzdem ist sie meine Freundin! Und Zero, ja gut! Ein Untoter ist er, aber folge uns Untoter! Ich will kein Wort hören! Oh nein! Sie haben ihm einen Zwangsanzug übergezogen! Zero, es tut mir so leid! Zero, es tut mir so leid! Ich werde dich retten! Keine Sorge! Ich werde dich retten! Okay! Zero! Zero! Was? Danke für die Kooperation, Frau Melka! Auf Wiedersehen! Von wegen Kooperation! Du hast mich eingesperrt! Und ich hoffe, dass wir uns nie wiedersehen werden! Außer dafür, dass ich Zero aus euren Klauen wiederhole! Oh nein! Oh Gott sei Dank! Immerhin haben wir die Sachen! Ja Leute, ich würde mal sagen, das war's mit dieser Folge Minecraft Timeless! Ich werde mir für die nächste Folge hier was kleines aufbauen, aber ich hoffe, es hat euch gefallen! Hier ist noch ein Video, ein anderes Video und die Playlist von Timeless! Bis zum nächsten Mal, vergesst nicht abzustimmen und ciao!